Der liebe Thomas von Magic Woods hat mir ein Collector-Display bzw. ein Sammler-Booster-Display, das ist ja ein deutsches, zur Verfügung gestellt von Mord in Karloff-Männer. Der liebe Thomas betreibt einen Card-Market-Account und die ganzen Karten, die ihr hier seht, die ich hier öffnen werde, werden wahrscheinlich bei ihm auf dem Card-Market-Account sein. Könnt ihr mal reinschauen, unten in der Videobeschreibung ist das alles drin. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem lieben Thomas zusammenarbeite. Dementsprechend guckt mal, ob ihr da was holen könnt. Und wenn ihr ja grüßt, den ganz lieb von mir und sagt, dass ihr von mir kommt, dann können wir sowas vielleicht mal öfter machen. Und ja, ansonsten gehen wir mal rein und schauen mal an, was dieses deutsche Mord in Karloff-Männer-Display so bringt. Ich bin ja von Deutsch immer ein bisschen zurückgeschreckt. Weil es einfach als Turnierspieler nicht so geil ist mit deutschen Karten. Denn vielleicht spielt man irgendwann mal international oder irgendwo vor Ort gegen jemanden, der kein Deutsch kann und schon hast du ein Problem. Man möchte ja auch nicht gegen französische Karten spielen. Zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Nichts gegen französische Karten, aber nur als Beispiel. Und ja, genauso fühlen sich Leute eben, wenn sie gegen deutsche Karten spielen, wenn sie nicht native Deutsch sind. Gucken wir mal an. Wir haben hier jetzt ein auch wieder Made in Japan. Das heißt, die Booster sind verkehrt rum da drin. Also wir haben dann tatsächlich eine Möglichkeit, die Booster relativ schnell aufzumachen. Und da gucken wir dann mal rein. Packen wir das beiseite. Ihr wisst das ja, hier links unten ist immer ganz viel Müllplatz. An dieser Stelle ein kurzer Einwurf. Wenn ihr mich auch anderweitig mit nicht nur einem Daumen nach oben, einem Abo und einem Like und einem Kommentar oder sowas unterstützen wollt, könnt ihr das auch machen bei Patreon. Ich habe Patreon. Ja, ich habe auch YouTube Membership, wie ihr rechts oben in der Ecke seht. Patreon hat verschiedene Tears. Ab drei Euro könnt ihr mich unterstützen. Und wenn das was für euch ist, schaut mal rein. Und vielen Dank an alle, die mich aktuell unterstützen. So, und damit zu den Boostern. Ich lege die mal komplett aufeinander und die hinten irgendwo hin. Und dann gucken wir mal, was wir so Cooles ziehen. Ich muss mal gucken, dass ich auch wirklich aufnehme und nicht nur die virtuelle Kamera anhabe. Aber ich nehme hier tatsächlich auf. So, Detective. Dann haben wir, fängt direkt an. Sehr, sehr gut mit diesen coolen Überwachendenländern. Die Surveillance sind sehr, sehr teuer geworden. Generell ist das Set gar nicht mal mehr... Ui, nicht mehr Set, der Gildenbund. Gar nicht mehr so schlecht, wie man am Anfang gedacht hat. Hier haben wir zum Beispiel die Leylin des Gildenbunds. Das ist Money. Das heißt, dieses Ding hier ist Money. Das hier ist Money. Und ja, dann gibt es noch zwei, drei andere Karten, die ganz cool sind. Hier haben wir zum Beispiel die heimtückischen Würzeln. Die sind ein bisschen was wert. Also generell erholt sich das Set erstaunlich gut. Ich muss mal gerade... Ah, die stinken auch so. Die japanische Karten fangen auch irgendwie an zu stinken. Ich weiß nicht, warum. So, dann aufgemacht. Das nächste Booster. Hier das erste Booster war schon ziemlich, ziemlich gut. Gucken wir mal, was wir noch haben. Wir haben den Hinweis. Ein Raktos. Mäzen des Bösen. Der Hinweis hat sogar hinten das Ding in Feul. Spannend. Ich wusste gar nicht, dass die hinten auch auf Feul gibt. Und ein, wie gesagt, Raktos. Sehr, sehr cool. Sony. Jetzt lesen wir Verfolgungsjahrt. Der Doppelgang. Uh, Aurelia. Gesetzt des Himmels in Feul. Sweet. Sweet, 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 sweet. Und noch so ein paar Kams und Ankams. Da muss man immer mal drüber schauen. Es könnte der Schleim drin sein. Und der Schleim ist auch tatsächlich ein bisschen was wert. Dementsprechend, ja. Ich habe vor zwei Wochen das Display aufgemacht für den lieben Fabi, aka Lipplap. Und da muss ich sagen, war ich noch sehr negativ eingestellt, wie mies dieses Set ist. Mittlerweile, der ist immer noch mies. Der ist ja leider immer noch mies. Aber dafür ist das Handelbild sehr, ganz gut. Mittlerweile muss ich sagen, sind die doch langsam oder sicher am Climpen. Und zu langsam oder sicher wird das besser. Smart ist auch richtig hübsch. Und es wird wirklich besser. Es sind immer mehr andere Sachen mit drin, die wirklich Geld kosten. Die Leute erforschen das jetzt so langsam. Sie waren am Anfang sehr, sehr negativ eingestellt. Was auch so viel daran liegt, dass halt wirklich die Raffnicka-Sets richtig mies waren. Und ja, viele andere Leute da auch nicht begeistert von waren. Gucken wir mal, was wir haben. Oh. Oh, seht ihr das? Oh, das ist mit der Invisible Ink. Und zwar ist es die Trostani mit Invisible Ink. Ich weiß nicht, ob das die ist, die Geld wert ist. Aber die könnte Geld wert sein. Eine Befragung. Paarung der Falke. Unverschämter. Nein, nicht mit mir. Ist not under my watch. Der Räuberin. Auch sehr cool. Die Karte muss ich gleich einsleben. Ich habe auch so ein paar Sleeves bekommen, mit denen ich die Karten dann einsleben kann und zurückschicken kann. Und ja, wie gesagt. Wenn ihr zum Beispiel Trostani mal haben wollt, schaut bei dem Guten von Magic Woods vorbei. Drei tosende Wasserfälle. Ui, richtig sweet. Zwei davon. Versammlung der Akteure. Gut. Gräbersturm? Was war denn? Ah, Gräbersturm war für jede Karte, die in den Friedhof geht oder sowas. Finde ich cool, dass sie es hier erklären. Ich meine, Sturm ist ja vollkommen okay. Also Gräbersturm ist ja was, was jeder versteht, oder? Kryptex, das ist übrigens die Karte mit diesen komischen Entriegelungsmarken. Falls es festmalt. Oh. Stehen auf Antworten. Und immer noch kein Schleim. Der Schleim ist das, was wir sehen wollen. Das klingt auch komisch, bitte zitiert mich nicht außerhalb des Kontextes. Dann Dankeschön. So, weiter geht's. Wir haben Pyrotechnik-Piformen. Die haben wir doch gerade eben auch schon mal gehabt. Wenn die oder eine andere Kreatur, die kontrollierst, aufgedeckt wirkt, fügt sie Schadenspunkt her, Stärke zu. Okay. Ein Toll-Simir, Licht der Mitternacht. Der ist richtig cool mit dem 5-5-Weiß-Grünen. Ne, der ist diesmal nur weiß. Voyager-Wolf-Token. Mirko, obsessiver Theoretiker, sind der Commander. Amulett des Erzdroiden. Auch diese Karte kostet ein bisschen Geld. Sehr, sehr, sehr cool. Meuchlerin der Habgier. Ne, meuchlerische Habgier. Dann haben wir den Kanalbewohner. Die Jagd beginnt. Und leider immer noch kein Schleim. Hm. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. Gucken wir mal weiter. Ich bin aktuell... Also, bisher ist es echt gut. Generell, also beim letzten Mal habe ich, wie gesagt, noch relativ viel über die Surveillance abgerotzt. Muss sagen, das war schlecht. Mittlerweile sind die halt echt gut. Dann haben wir den Mass-Detektiv in Special Frame. Stolz der Hülsenklade. Das ist dieser Krokodil hier, Schildkröte. Wer kennt's nicht? Das ist eine coole Karte. Presserschreiben ist eine wirklich gute Karte. Wird mittlerweile auch teilweise im Legacy hin und wieder mal gespielt. Hier haben wir noch eine Säulenhalle. Auch die wieder Fall und Oh, Qual der Wahl. Gute Karte. Kann man aber in Foil auch verkaufen. Es sind, es sind, es sind, wie gesagt, einige Cups und ein Cups drin, die playable sind, die viel Spiel sehen. Und bei den Rares ist es mittlerweile auch viel. Mythics nicht so krass. Also Mythics sind wirklich nicht so krass unterwegs. Uuuuh. Wieder aufleben der Vergangenheit. Das war die Spoiler-Karte, die sowohl Robin, also AKR GameReady, als auch ich für unseren Podcast Radio Ravnica bekommen haben. Die hab ich gesehen, da wusste noch niemand, dass sie existiert. Und wir durften die dann im Podcast live revealen. Sehr, sehr coole Karte. Hier im Full Monty. Bin ich immer überlegen, ob ich da mal nachfolge, ob ich die behalten darf. Dann haben wir zwei zwielichtige Hintergasse, wieder ein Surveilland, so viele Surveilländer hier drin, das ist großartig. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit der Schockländer. Uuuuh. Der, der Surmalma der Krenkurs. Der ist auch ganz cool. Die Jagd beginnt. Da stimmt was nicht. Und nö. Keine Ahnung, die was wert ist. So, weiter geht's. Gucken wir weiter. Bapp, 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 bapp. Oh, da sehe ich schon was Großartiges. Pollenanalyse. In einem richtig coolen Artwork. Ich hab gehört, hier gibt's auch nummerierte Karten drin. Die hab ich noch nie gesehen. Ich hab auch noch nicht gesehen, dass das irgendjemand geöffnet hat. Das liegt aber auch so ein bisschen dran, dass ich wirklich generell sehr wenige Leute sehe, die dieses Set hier öffnen. Versammlung der Akteure in anderem Artwork. Wie gesagt, ich sehe sehr wenige Leute, die das hier wirklich öffnen. Und bei den Leuten, die das öffnen, ist es halt meistens irgendwie keine nummerierte Karte dabei. Als ich gesehen hab, dass es nummerierte Karten gibt, war ich erst mal so, hä? Hä, what? Wo und wieso? Und ja, okay. Bildhaftes Gedächtnis. Projektermittlerin. Eine sehr coole Karte tatsächlich. Ein Dampfschiff. Ferrox. Explosion. Abtritt. Schnüffler. Komm schon. Der Schleim. Nö, kein Schleim. Kein Schleim. Zwei noch. Wir sind auf der Zielgeraden. Bisher muss ich sagen, bin ich von dem Set eigentlich ganz, also von dem Display eigentlich ganz begeistert. Da sind ein paar von den Surveyländern drin. Ähm, wir haben, wie gesagt, eine relativ coole, oh, nochmal ein Surveylant drin. Aber leider nicht die blauen. Ah, ein blaues Surveylant drin. Ähm, uh, Duskana, Mutter der Wut. Sehr geiler Commander, auch mit den, mit den Bären, mit den zwei Zweiern. Mh, sehr, sehr cooler Commander. Ja, äh, ich bin mit dem, mit dem Display bisher sehr begeistert. Pompöser Prahlhans. Das ist die zweite Spoiler-Karte, die wir bekommen haben. Das heißt, in diesem Collector-Speed sind zwei der drei Dinge drin. Äh, Robin, ein sehr cooles Video zu gemacht. Werde ich unten nochmal verlinken. Und ich hatte ja den, den, äh, den Fall der brennenden Masken, glaube ich. Den hab ich dann revealed. Und, äh, Robin, den pompösen Prahlhans. Dann haben wir die, die dritte, die Rare dann gemeinsam im Podcast gemacht. So, letztes Booster. Nochmal was Cooles. Was bist du denn? Held in den Zehnten mit einem Beweissicher und zwei Witz, äh, zu einem 4-4. Ach, das ist eine Figure of Destiny. Okay. Spannend. Uh, uh. Oh, die ist sweet. Oh, die ist richtig sweet. Ich kenn ja nur die andere und die sieht richtig cool aus. Ist aber eine Mütik dementsprechend wahrscheinlich nicht viel wert, aber ui. Ja, Gefängnis-Dilemma. Sehr coole Karte tatsächlich. Dann haben wir nochmal einen Surmalma und beschleunigt die Erbschaft. Immer wenn, an der Karte noch, wenn man viele Karten oben von der Bibliothek in den Zehnten schicken. Ui. Okay. Spannend. Ja, das war das Set. Ohne Schleim. Das war das Display. Das war das zweite Display, wenn ich das mal aufmachen durfte. Vielen Dank nochmal an dich. Und, äh, ja. Ich find's Set gar nicht mehr so schlimm, wie ich's vor zwei Wochen gefunden habe. Vor zwei Wochen fand ich's wirklich mies. Mittlerweile muss ich sagen, ach ja, ach ja, ist halt ein Set wie jedes andere. Äh, Collector-Booster sind halt Collector-Booster. Playbooster. Mmh, hoff ich ja, dass die im nächsten Set einfach besser werden und dann, dann sehen wir mal. Dann gucken wir mal. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, guckt mal bitte unten in die Bibliothek-Schreibung beim Magic Woods vorbei, also beim guten Zauberwald und dann könnt ihr noch das Video liken, mich abonnieren. Ähm, ihr könnt einen Kommentar schreiben, wenn ihr zum Beispiel eine ganz andere Meinung zu dem Set habt und sagt, oh, ist alles voll dumm, alles voll kacke, schreibt's unten in die Kommentare. Wenn ihr sagt, boah, voll geil, schreibt's unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich mich, wie gesagt, über Sachen freuen, die mich supporten, wenn ihr euch das gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir bitte rein, weil ich verbessern kann. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an meine Patreons. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Statt Hall scan. Untertitelung des ZDF, 2020